Das heißt, diese ganzen Designer-Way-Geschichten und Co., das kannte ich alles schon. Ich habe mich aber unter anderem auch wegen dir immer gegen Moor gewehrt, so ein bisschen. Von vornherein, als ich angefangen war, Medizin zu studieren, ich wusste, ich gehe auf jeden Fall in die Apotheke, ich kaufe ein Antibiotikum, was ich nicht brauche, nur um diesen Moment zu haben, dass mich jemand anguckt und sagt, ja, war das verschreibungspflichtig? Und ich sage, kein Problem, warte mal kurz. Da sich dann damit abzufinden, zu sagen, naja, aber der ist halt Chef und der kann das entscheiden und dann passe ich mich jetzt auch an, das ist so das, was mich auch hardcore triggern würde. Wir haben ja auch nicht über den Inhalt diskutiert, da hätte er auch ehrlicherweise nicht mit mir diskutieren brauchen, weil da hätte er safe verloren. Und wir sind in Deutschland so krass weit, was dieses Medizin-Thema angeht, auch wissenschaftlich gesehen, aber in dem Bereich dahinter entwickeln wir uns ja so extrem zurück. Die Frage ist eigentlich schon Quatsch, ob du Arzt bist, wenn du über Ernährung redest, weil kann man ja auch ehrlicherweise sagen, erst mal von Ernährung eigentlich keine Ahnung. Das wird eine von wahrscheinlich sehr vielen Folgen von Timo und mir. Und wir könnten wahrscheinlich jetzt auch heute wieder fünf Stunden reden, weil wir generell ziemlich häufig quatschen. Aber wir haben heute nur so roundabout eine Stunde Zeit und ich will das so ein bisschen nutzen für so eine kleine Intro-Folge zum Thema Medizin. Ich als Medizinstudien-Abrecher und Timo als jemand, der tatsächlich das Studium durchgezogen hat. Ich fange mal damit an, das ist, glaube ich, ganz lustig, dass wir beide, glaube ich, niemals daran gedacht hätten, dass wir jemals hier so sitzen. Ihr müsst dazu wissen, Timo und ich, wir hatten schon so vor anderthalb, zwei Jahren, wann war das das erste Mal, dass wir uns geschrieben haben? Ich glaube schon so zwei, drei Jahre. Das ist krass, ne? Sondern da haben wir uns immer so, du hast gemerkt, wir antworten uns und wir sind so freundlich, aber wir können den anderen null einschätzen und denken und so, boah. Wir waren schon immer sehr bestimmt tatsächlich auch. Ja, das ist schon richtig. Da hatten wir uns irgendwie schon ein paar Mal zum Treffen verabredet. Dann hatte immer einer von uns beiden kurz davor wieder abgesagt. Und ja, irgendwann haben wir es dann aber gemacht. Johannes Lukas hat uns gesagt, wir müssen uns mal unbedingt treffen. Dann haben wir einen Kaffee getrunken und ein paar Monate später ist Timo dann plötzlich nach München gezogen. Das klingt jetzt so, als wäre ich gegen dir nach München gezogen. So war es jetzt ja auch nicht. Aber ja, es ist schon so das eine zum anderen gekommen. Was war so das Erste, was du so aus deiner Bubble so von uns mitbekommen hast und wie sich das auch vielleicht so ein bisschen gedreht hat über die letzten Jahre? Und wenn du jetzt uns sagst, meinst du Moor und Kula? Ja, Moor, die ganze Bubble so ein bisschen. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, du bist der erste Mensch, der mich erst mal als Doc Timo's Haus vorstellt. Und von daher, also es kam auf jeden Fall bei Instagram. Aber ich denke, ich habe früher so, ich würde mal schätzen, so vor drei Jahren habe ich super viele Fragerunden gemacht. Ich habe, glaube ich, einmal in der Woche so einen Fragesticker gepostet und gesagt, hey, postet mal eure Fragen. Und es kam immer wieder, keine Ahnung, wie viele Fragen kommen da so zwischen zwei mittlerweile bei der Reichweite, keine Ahnung, 500, 600. Und es kam immer so mindestens irgendwie fünf, sechs Fragen so, was hältst du für den Moor-Produkten? Und ich hatte halt 0,0 Berührung dazu. Ich habe ja früher anderthalb Jahre mein Fitnessstudio geleitet. Und da habe ich damals ESN als Supplement Brand in das Studio geholt. Das heißt, diese ganzen Designer-Way-Geschichten und Co., das kannte ich alles schon. Ich habe mich aber unter anderem auch wegen dir immer gegen Moor gewehrt, so ein bisschen. Man hat das gesehen überall, aber ich habe es tatsächlich nie probiert. Und irgendwann war dann so der Moment, dass diese Fragen in dieser Fragerunde immer mehr zugenommen haben. Und ich dann irgendwann gesagt habe, so okay, ich kaufe jetzt wirklich mal für zwei, drei, vierhundert Euro einfach Sachen aus allen verschiedenen Aspekten, aus allen verschiedenen Bereichen. Ob es jetzt Light-Geschichten sind, aber auch aus den ganzen Supplements, Kapsel-Geschichten wie Essentials und Co. Und dann habe ich das Ganze einfach mal getestet. Und gleichzeitig kam das Thema mit Johannes, dass Johannes und ich über seine Blutweite gesprochen haben. Und Johannes mir als Dankeschön dann so, er nannte es ein großes Dankeschön-Paket. Und tatsächlich kam ich irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, aber ich kam nach Hause und ich hatte so drei Umzugskartons große Pakete bei mir vor der Tür. Und kam gar nicht mehr in meinen Eingang rein, richtig. Und so habe ich das erste Mal tatsächlich richtig Berührung damit bekommen. Und ich erinnere mich noch an eine Story, die du mal gemacht hast, wo du gesagt hast, es gibt einen Arzt bei Instagram, der über Casein schlecht redet. Und ich glaube, das war so mit einer der ausschlaggebenden Punkte, wo ich dann gesagt habe, so komm, ich teste das jetzt mal, ich probiere das. Ich gucke mir die Sachen auch wirklich mal im Detail an, weil bei uns in der Akademie auch immer wieder Fragen zu den ganzen Frauensupplementen kamen, wie Pregnancy und Cycle Balance und hast du nicht gesehen. Und da habe ich das erste Mal dann richtig Berührung mitgehabt und habe die Sachen, ich glaube, zwei, drei Monate selber einfach genommen und mal getestet und geguckt. Und so wie ich das immer mache, vorher Blutwerte, dann Sachen testen. Klar, bei den Protein-Chips gibt es jetzt nicht viel Blut zu testen, aber bei den anderen Sachen natürlich schon. Und dann war das wirklich so ein Ding von heute auf morgen, das mir deine Assistentin geschrieben hat, Johannes mir das aber gar nicht gesagt hat und so kam dann eigentlich eins zum Anderen. Das heißt, eigentlich hast du, also diese Abwehrhaltung hat sich dann wahrscheinlich aus zwei Aspekten so ein bisschen gelegt. Auf der einen Seite, weil du gemerkt hast, okay, was sind eigentlich die Produkte, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und auf der anderen Seite habe ich ja auch versucht, sehr an meiner Art zu arbeiten. Ja, also muss man ja auch löblicherweise sagen, ich würde sagen, du hast das nicht nur versucht, sondern auch ganz gut umgesetzt tatsächlich. Also ich würde sagen, es ist wirklich so eine Kombi aus beidem gewesen. Dadurch, die Produkte haben sich natürlich im Laufe der letzten drei, vier Jahre auch deutlich weiterentwickelt. Und mir war zum Beispiel zum Anfang gar nicht bewusst, was alles dahinter stand mit Laboranalysen und Co. Das heißt, mir war gar nicht bewusst, wie detailliert die Sachen auch aufgearbeitet werden, wie sinnvoll die Sachen auch zum Teil strukturiert sind. Und das war auch der Moment, ich habe mir diese ganzen, wie gerade eben schon gesagt, Frauen-Supplemente auch mal mitbestellt, um mir das anzugucken. Und du hast das einfach super selten, dass in Supplementen eine vernünftige Dosierung drin ist, dass du super das Problem hast, die Sachen sonst irgendwie vernünftig zu dosieren, sodass es den Leuten langfristig wirklich hilft. Und das war, von der einen Seite hat das so ein bisschen den Kopf geöffnet, oder nehmen wir jetzt mal die Bereitschaft. Und auf der anderen Seite war das aber wirklich so deine, und das kann ich ja jetzt ganz ehrlich sagen, deine, ich weiß gar nicht, wie ich es schreiben soll, aber du hast damals. Ich war sehr angreifend. Genau, du warst sehr angreiflich, du warst halt fachlich immer korrekt, das war ja nie irgendwie emotional oder irgendwas anderes getriggert, das war immer fachlich korrekt. Aber das war der falsche Vibe für mich. Ja, bei mir war das auch damals, das war einfach so ein, ich hatte irgendwann einfach so einen Frust in mir, weil du hast halt, und also an dem Frust bin ich auch teilweise selbst schuld, weil ich habe ja damals mein Medizinstudium abgebrochen. Und du hast ja auf Social Media hast du so dieses Narrativ von, okay, du sagst irgendwas über Ernährung und dann kommt die Frage, ja, aber bist du überhaupt Arzt? Du hast dann irgendwann so einen Frust in dir drin, wo du dir denkst, also wir können ja vielleicht mal kurz beantworten, wie viele Stunden Ernährung hattest du im Medizinstudium? Ja, das kann ich an einer Hand abzählen tatsächlich, also nicht so viele. Wie viele Stunden Nahrungsergänzungsmittel hattest du im Medizinstudium? Gar keine. Perfekt. Deswegen ist die Frage, um die Frage zu beantworten gerade, die Antwort ist eigentlich Quatsch, oder die Frage ist eigentlich schon Quatsch, ob du Arzt bist, wenn du über Ernährung redest, weil kann man ja auch ehrlicherweise sagen, Ärzte haben von Ernährung eigentlich keine Ahnung. Ja, und das heißt ja nicht, dass Ärzte sich das nicht aneignen können, weil Ärzte sind per Definition, die meisten zumindest, relativ intelligent, sonst würden sie das Medizinstudium nicht schaffen. Aber da hat sich in mir einfach so ein Frust aufgebaut, weil du halt, du versuchst gut zu argumentieren und irgendwie jahrelang mit Research und das irgendwie öffentlich zugänglich zu machen und so weiter. Und dann kommen halt immer irgendwelche Dullis, die halt dann was erzählen und am Anfang ist man dann irgendwie noch, ich war dann sehr so in so, ich war zwar inhaltlich korrekt, aber ich war wirklich emotional getriggert dann von diesen Ärzten irgendwann einfach. Und da muss ich mich halt mittlerweile einfach auch viel mehr zusammenreißen, deswegen schreibe ich mir auch mittlerweile einfach Skripte, weil wenn du was runterschreibst, dann redest du auch nicht so emotional, dann komm mal ein bisschen runter und dann ist das alles gut. Und das fängt aber alles damit an, ich habe damals mein Medizinstudium, habe ich angefangen, weil ich wirklich nicht wusste, was ich machen soll. Also ich hatte halt ein gutes Abi. Der Klassiker. Und man will eben die Eltern stolz machen und dann kannst du ja nicht irgendwas studieren, was keinen guten NC hat. Und dann habe ich mich erst in Pharmazie eingetragen, weil Pharmazie hat einen hohen Frauenanteil, so, hat auch nichts gebracht. Aber es waren wenigstens mehr da. Dann habe ich das nach einem halben Jahr abgebrochen, bin dann rüber in Medizin und ich hatte damals noch kein wirkliches Why. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso ich es dann am Ende, als es mir nicht gut ging, abgebrochen habe. Weil ich wollte eigentlich nie Arzt werden. Ich habe dann irgendwie überlegt, okay, ich mache das und gehe dann irgendwie in die Beratung oder sonst was, wie irgendwie manche bei Goldman und Co. Was war der Grund, dass du Medizin angefangen hast? Weil das muss man ja wirklich sagen, das Studium ist von dem, was es einem abverlangt, nicht gerade wenig. Ja, absolut. Man braucht, glaube ich, einen guten Grund. Definitiv. Und das, also ich komme aus einer ganz anderen Ecke als du. Spannend, ich glaube, ich habe das tatsächlich auch noch nirgendwo schon mal erzählt. Zumindest nicht so öffentlich. Ich habe einen super schlechten NC gehabt. Ich weiß, was hast du für einen NC gehabt? Ja, je nachdem, wie man es wertet. 1,3 bis 0,8. Okay, 1,3. Perfekt. Also nimm die gleichen Zahlen, dreh sie um. Dann war das mein NC. Also ich hatte 3,1. Also einen sehr schlechten NC. Ich hatte Bio- und Chemie-Leistungskurs in der Schule. Für mich war schon immer klar, ich will irgendwas im Naturwissenschaftsbereich machen. Ich wollte eigentlich unbedingt Medizin machen. Aber für mich war klar, irgendwie kann ich nicht. Weil ich war in Erdkunde fast nie in der Schule. Weil ich hatte dienstags nur eine Stunde. Und für mich war das komplett sinnfrei, für eine Stunde in die Schule zu fahren. Und ich hatte halt auch andere Interessen. Ich hatte irgendwie ein Leben. Und ich habe nie für die Schule gelernt tatsächlich. Auch nicht für Bio, nicht für Chemie, nicht für Mathe. Ich habe da aber immer Einsen geschrieben trotzdem. Weil ich das total logisch fand und total einfach fand. Und gleichzeitig hatte ich aber so diesen Aspekt. Ich war lange am Internat, drei Jahre. Ich habe auch echt sechste Klasse wiederholen müssen. Wann warst du am Internat? Welche Klassen? Achte, neunte, zehnte. Und dann elfte, zwölfte nicht mehr? Nee, elfte, zwölfte, 13 habe ich, also bei uns war es 13 in NRW, habe ich in Bonn auf einem normalen Gymnasium da gemacht. Das Internat war auch ein Gymnasium. Aber da, wir sind so in dem Zuge oder währenddessen sind wir umgezogen. Und es war immer nur so, hey Timo, du musst achte, neunte, zehnte am Internat machen. Und das war auch ganz spannend, weil ich wäre eigentlich kleben geblieben, durfte aber eine Nachprüfung machen, bevor ich auf das Internat gekommen bin. Und die Lehrer meinten so, ja, der Osthaus, der kann das, der ist ein Vernünftiger, aber der hat keine Lust. Meine Eltern haben sich getrennt. Und ich war so, ich war physisch anwesend, aber psychisch halt einfach überhaupt nicht. Und das Lustige war, ich musste dann eine Nachprüfung in Mathe machen, in der, ich glaube, es war siebte Klasse, die mit Einsplus bestanden. Und habe dann auf dem Internat immer einen Schnitt von eins Komma noch was gehabt. Weil da musste ich lernen. Da hatte ich keine Chance, irgendwie was anderes zu machen, weil da hast du deine Klassen nach dem Tag. Ein ganz Tagesinternat quasi. Genau. Ich habe halt auch da geschlafen die ganze Zeit. Und das hat sich dann geändert. Und meine Motivation, ich habe nach dem Studium, nach der Schule, ich hatte eine sehr glücklicherweise wohlhabende Tante, die sehr motiviert war, mir meinen Traum zu öffnen, Medizin zu studieren. Und die hat dann mit verschiedenen Anwälten, also eigentlich war es eine Kanzlei in Saarbrücken, haben wir uns eingeklagt oder mich eingeklagt. Und das nicht weltweit, sondern deutschlandweit. Und viele werden jetzt sagen, hä, wie kann man sich denn einklagen? Ganz einfaches Beispiel, wenn so eine Uni irgendwie 500 Plätze Medizin hat und die vergeben aber nur 400, kriegen die aber trotzdem Geld für 500 Plätze. Und auf diese 100, die nicht vergeben worden sind, auf die kann man klagen. Krass. Das bedeutet aber auch nur... Bei einer Freundin, die du auch kennst, wo sie versuchen, über die Verletzung der Mutter quasi den Sohn einzuklagen. Ist aber heutzutage echt schwierig. Also das ist ja jetzt bei mir auch schon 15, 16 Jahre her. Ist also eine ganz andere Nummer heutzutage. Früher war das, ich glaube, in ganz Deutschland haben sich irgendwie 5000 Leute eingeklagt und es gab irgendwie 500 Plätze, die dann verlost wurden unter allen Klägern. Und ich habe halt zwei Wochen, nachdem ich geklagt habe, habe ich halt ein gutes Los gezogen. Ich war aber mittendrin in der rettungssanitären Ausbildung und habe das dann erst mal das erste Jahr zu Ende gemacht. Und habe im Zuge dieser rettungssanitären Ausbildung gemerkt, dass... Also ich habe so zwei große Passionen. Das eine ist, Menschen was zu erklären und denen was beizubringen. Deswegen auch Akademiegründung und Co. vor drei Jahren. Und auf der anderen Seite so dieses Leuten helfen über neue Dinge, mich selber ständig weiterbilden und immer wieder neue Sachen lernen. Ich finde es super schlimm, wenn man irgendwo stehen bleibt einfach und nicht mehr weiterkommt. Aber dieses Helfen-Ding ist irgendwie total ausgeprägt bei mir. Und das war es in der Schule tatsächlich auch schon. Ich war immer gefühlt so der Klassenclown, der immer alle irgendwie ein bisschen motiviert hat oder einfach belustigt hat. Und deswegen ganz andere Richtungen als bei dir. Aber ich würde sagen, ich habe eine unglaublich große Motivation gehabt. Und deswegen auch diese... Weil das Studium war gar nicht einfach für mich am Anfang, weil ich halt nicht lernen konnte. Das war so nicht, dass ich das nicht verstanden habe, sondern ich wurde von heute auf morgen so komplett überladen mit diesem ganzen Lernmaterial. Und ich wusste einfach nicht, was ist denn Lernen so? Für mich war das klar, um 14 Uhr endet es und dann mache ich dann ganz anders. Man kriegt in der Schule ja auch so ein völlig falsches Gefühl von Lernen. Also früher habe ich gedacht, ich hasse Lernen. Und das als Kind, das echt nicht auf den Kopf gefallen ist. Aber ich habe halt immer vor jeder Klausur mir das abends reingezogen, irgendwie noch in der Nacht. Und damit kommt man in der Schule auch noch wunderbar durch. Im Abi hatten wir davor Osterferien. Ich habe die ganzen Osterferien gezockt, Sonntagabend, Anstiegabend, Mittwoch kam die erste, ich glaube, Geschichtsprüfung war das damals. Hat auch noch alles hingehauen. Aber dieses Prinzip, was man von Lernen in der Schule mitbekommt, im Sinne von, hey, hier hast du diesen Stoff, jetzt in drei Wochen oder acht Wochen oder zehn Wochen musst du mir den bitte einmal so runtersagen und danach brauchst du den nie wieder und weißt auch gar nicht, was du damit anfangen kannst. Das ist ja leider auch noch im Studium teilweise sehr präsent. Und das ist einfach so schade, weil wenn ich mir, wenn ich überlege, was ich so vom Medizinstudium mitbekommen habe versus was wir jetzt zum Beispiel in diesem Praxisprojekt machen und wie sich da Lernen anfühlt. Das sind einfach so zwei völlig verschiedene Welten. Klar, absolut. Also man muss dazu sagen, so während des Medizinstudiums hast du natürlich auch so Sachen, die du lernen musst, die du, also zum Beispiel Augenheilkunde zum Beispiel, also jetzt no front, aber so, ich finde das jetzt nicht so spannend tatsächlich. Und das hat man halt zwischendurch in acht Jahren Studium auch, dass du Sachen hast, die du nicht spannend findest. Aber es ist halt, du arbeitest halt auf so ein festes Ziel hin. Und Abi ist halt irgendwie nicht so ein erstrebenswertes Ziel, was du dir halt selber aussuchst, aber so Ende des Medizinstudiums Arzt sein, ist, also du hast eine ganz andere Motivation dahinter. Aber bei uns wussten die Dozenten zum Beispiel, wer sich eingeklagt hat, weil du ja dann halt erst ein bisschen später, nach Beginn des Studiums anfängst und dann nachdem das erste Semester begonnen hat. Und damit hatten wir halt super schwierige Karten am Anfang, weil du halt immer der Blöde warst. Wenn irgendeiner was nicht wusste, wurde immer einer von den Klägern angenommen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, weil du gerade eben so schön gesagt hast, du hast angefangen mit was, wo du nicht wusstest, was du machen sollst und guter NC. Und bei uns haben so knapp 500 Leute, ich habe ja in Leipzig studiert, oder zumindest die ersten zwei Jahre, und 500 Leute haben angefangen. Und nach dem ersten Staatsexamen waren noch so knapp 120 übrig. Und davon fast alle Kläger. Weil die halt eine ganz andere Motivation haben. Weil die es richtig wollten. Und die sind halt durch alles durchgegangen, um das halt irgendwie in den Griff zu bekommen. Ja, krass. Und dann nach dem Studium, was war das Erste, was du gemacht hast? Also wie ging es dann weiter? Das Erste war tatsächlich, in die Apotheke zu gehen und mir etwas zu kaufen. Das war so was, ich wusste von vornherein, als ich angefangen war, Medizin zu studieren, ich wusste, ich gehe auf jeden Fall in die Apotheke, ich kaufe ein Antibiotikum, was ich nicht brauche, nur um diesen Moment zu haben, und das mich jemand anguckt und sagt, ja, war das verschreibungspflichtig? Und ich sage, kein Problem, warte mal kurz und hole den Arzt. Das war tatsächlich so das Erste. Aber ganz kurz, das finde ich so krass, das ist auch etwas, was mich innerlich teilweise so aufregt, wie willkürlich es teilweise erscheint, welche Medikamente oder Sachen du dir kaufen darfst und was nicht. Also wenn ich überlege, also ich meine, ich habe ja wirklich Glück mit den Ärzten um mich rum und dass ich euch sagen kann, hey, guck mal her, ich gehe jetzt irgendwie acht Wochen verreisen, könnt ihr mir mal verschiedene Antibiotika mitgeben, falls was ist. Dann reise ich mir zum Medikamentenkoffer. Aber zu wissen, dass du, wenn du irgendwas hast und du weißt eigentlich, was die Lösung ist, dir das nicht einfach kaufen kannst, bei sowas wie einem Antibiotikum, ist eigentlich total absurd. Also ich verstehe ja, dass es Dinge gibt, aber wenn du dir halt Wodka kaufen darfst. Ja klar, also der Vergleich, absolut, wobei ich schon sagen würde, also du bist jetzt natürlich auch jemand, der so von Grunddingen eine Ahnung hat, wobei wenn ich dir jetzt sagen würde, dass du ein Gramm negatives Bakterium hast und du willst ein Antibiotikum nehmen, bist du wahrscheinlich auch nicht, was du nehmen solltest. Aber grundsätzlich ist natürlich durch diese, Antibiotikum ist eigentlich ein extremes Beispiel, weil je mehr Antibiotika genommen werden, desto mehr Resistenzen gibt es, desto weniger wirkt ein Antibiotikum. Das heißt, die Gesamtbevölkerung hat halt ein Problem davon, wenn wir zu viele Antibiotika nehmen würden und die meisten Leute schlucken die halt auch viel zu schnell so. Aber die werden auch von Ärzten ja sehr, sehr häufig einfach vollkommen überflüssig verschrieben. Ja klar, weil die meisten halt dann auch nicht wissen, also realistisch betrachtet, du kannst ja so Breitbandantibiotika geben, die auf alles mögliche wirken, aber eigentlich ist das ja ein spezifisches Medikament so. Und wenn du gar nicht weißt, was jemand für ein Bakterium hat, stellt sich die Frage, ob man überhaupt ein Antibiotikum geben sollte und das weiß ein Laie noch viel weniger, als wenn du einen Abstrich gemacht hast oder irgendwas anderes. Aber klar, so dieser Vergleich mit Alkohol und Ibuprofen 800 ist verschreibungspflichtig, Ibuprofen 400 nicht. Ja, dann nehme ich halt zwei 400, dann habe ich auch 800. Teledin-Retat ist zwar auch, also Teledin ist zwar auch lustig, weil Teledin, die Retart-Tabletten sind ja nicht BTM und die nicht-Retatierten sind BDM, aber wenn du einmal draufkaufst, hast du auch eine nicht-Retatierte, das ist auch so geil. Ja, also klar, ich denke so, aber der Allgemeinbürger, der setzt sich damit ja gar nicht so weit auseinander. Die wissen gar nicht, wo der Unterschied zwischen Paracetamol und Ibuprofen ist, so dass es irgendwie alles Schmerzmittel und ich glaube, es ist schon ganz gut, dass es so eine gewisse Reglementierung irgendwo auch gibt, aber es ist natürlich, zum Teil wirkt es so ein bisschen willkürlich gewählt irgendwo, da bin ich komplett bei dir. Ja, und dann Arzt, erste Sache gekauft und dann, was dann passiert? Ja, also erst mal braucht ich Pause. Das ist so, also ich habe, man muss dazu sagen, ich glaube, bei mir ist recht schnell dieser Knoten während des Studiums geplatzt schon, dass ich gemerkt habe, dass das irgendwie doch nicht das ist, was ich machen will. Also ich habe mir was ganz anderes... Was ist nicht das, was du machen willst? Das Studium. Also das Studium schon, aber dieser Beruf, der am Ende dahinter steht. So wie die meisten Ärzte ihn machen oder wie meinst du es? Genau. Das habe ich, also ich habe super schnell, du machst da so Praktika währenddessen und realistisch betrachtet, du fängst Medizinschulstudien an, guckst irgendwie Grey's Anatomy und denkst so, boah, geil. So Probleme lösen. Mega cool, geil. Und ihr operieren und da. Merkst aber gar nicht, dass du 95 Prozent der Zeit irgendwelche anderen Sachen machst, von allen Seiten behindert wirst überall und vor allem dann, ich bin so ein super sensibler Typ, was so Vibes angeht. Das hatten wir ja gerade eben. Dein Vibe hat mir damals zum Beispiel nicht gepasst, deswegen wollte ich mich damit nicht umgeben und im Krankenhaus, ja, ich glaube, ich brauche das gar nicht auszusprechen, aber das ist so mit einer der schlimmsten Vibes, den du haben kannst, mit diesem ganzen Hierarchiesystem da und es könnte so viel einfacher sein und damit habe ich mich gar nicht in den Fizien. Zwei Dinge, wo ich einhacken muss. Die Praktika, die du gemacht hast, die, die du realisiert, oder bei denen du realisiert hast, dass du darauf keine Lust hast. Welche waren das und was war das, was dir gezeigt hat, hey, das ist nicht meins? Also das Erste war ein Fach, was ich unglaublich toll finde, in der Anästhesie. Das ist unglaublich spannend. Also einfach gesprochen, du legst die Leute ihr Schlafen, während sie operiert werden. So Anästhesisten machen noch viel, viel, viel mehr. Aber ich hatte da zwei Situationen, wo ich wirklich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein. Also, und die waren primär am Ende im Periode, das waren so die Schlimmsten, die mir so im Kopf geliehen sind, weil das natürlich jetzt auch erst fünf, sechs Jahre her ist. Ich hatte die Prämed, also wo du die Leute quasi aufklärst, wie läuft jetzt so diese Narkose ab, was für Medikamente kriegen die, du machst so eine Grundanamnese, guckst, welche Medikamente setzt du überhaupt ein, welche nicht, welche Dosierung und du gehst mit denen Vorerkrankungen und solche Sachen durch. Du hast da so zehn Minuten für. Ich hatte eine recht junge Patientin, die war so Mitte 30, ganz harmlose OP, war geplant, also nichts Spontanes, nichts Notfallmäßiges, also du hast Zeit, also außer in dem Gespräch und ich kam so 25 Minuten später erst aus diesem Gespräch mit ihr raus und die ist wie ein neuer Mensch herausgekommen. Die kam da raus, die wusste, wie ihr Diabetes zustande kommt, was sie jetzt machen muss, um mit dem Diabetes besser klar zu kommen, wie sie mit welchen Ernährungsumstellungen umgeht, was sie essen soll. Die hat ihre Erkrankung verstanden und ich habe massiv Anschiss bekommen, weil das so, ich habe 15 Minuten zu lange gebraucht. Von wem hast du Anschiss bekommen? Ja, von dem Chef damals. Ich habe 15 Minuten zu lange gebraucht, ich habe der Patientin aber so viel mehr geholfen, als ihr nur zu erklären, welche Medikamente, wie eine Narkose abläuft und Co. Also die hat ein komplett anderes Grundverständnis für ihre Erkrankung bekommen vorher. Die ist ja nicht wegen dem Diabetes operiert worden, aber das war halt eine Grundergangung, die sie auch hatte. Das war so das eine Szenario. Man muss bei dem Szenario, bevor du zum zweiten kommst, auch erklären, das ist einfach so ein Ding, was die Leute vielleicht im Kopf haben müssen. Krankenhäuser sind auch wirtschaftliche Entitäten. Ja, klar. Das heißt nicht, dass alles irgendwie böse wirtschaftlich ist, genauso wie in der Wirtschaft nicht alles böse ist, aber man muss halt auch so ein bisschen überlegen, was sind die Anreize, die dahinter stehen. Und die Anreize sind halt, möglichst schnell, möglichst viele Patienten durchzukriegen, sodass es übernommen wird. Und Punkt Nummer B, das sollte man auch im Hinterkopf behalten, was das ganze Thema Operationen und Co. angeht. Ich glaube, es gibt auch so ein paar Statistiken über diese Estimation, wie viele Knie-OPs eigentlich vorschnell gemacht werden und so. Ja, gerade bei diesen orthopädischen Themen, es ist halt so, du hast halt eine Toolbox und wenn deine Toolbox eine OP ist, aber du nicht weißt, wie du das Thoraco-Skapuläre Gleitlager mobilisierst und dadurch Schulterschmerzen in den Griff bekommst, weil sich irgendwie der Bereich, hier oben weitet und dadurch keinen Impingement mehr hast, wenn das nicht in deiner Toolbox drin ist, dann operierst du halt. So, und das ist natürlich, also das sieht man ja in den Daten auch, dass oft viel zu schnell operiert wird, auch bei Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfällen und so. Aber klar, ich bin bei dir. Grundsätzlich ist das natürlich, das ist ein Prozess, der ist irgendwo dahinter, das Ganze muss wirtschaftlich sein. Aber, und das ist ja nicht falsch. Nee, das ist vollkommen richtig. Aber das ist das, was ich nicht wollte. Ich wollte mich nicht an ein System, also das ist ja so, du nimmst ein System und stülpst das über jedermanns Problem. Und das funktioniert nicht, weil die Probleme so individuell sind. In der Notfallaufnahme, da funktioniert das. Ja, und ich finde, das Problem ist auch an der Situation, an der ersten, die du jetzt erzählt hast, das ist ja eine Situation, wo du dir in der Situation dann danach denkst, so, hä, wieso kackt der mich jetzt dafür an? Ich habe doch inhaltlich das Richtige gemacht. Und auch weißt du, dass eigentlich jeder intelligente Mensch, mit dem du redest, zum selben Schluss kommen wird und sagen wirst, ja, eigentlich hast du das vollkommen richtig gemacht aus deiner arzteidlichen Perspektive. Und da sich dann damit abzufinden, zu sagen, naja, aber der ist halt Chef und der kann das entscheiden und dann passe ich mich jetzt auch an, das ist so das, was mich auch hardcore triggern würde. Ja, also grundsätzlich ist natürlich, hat der natürlich schon das Anwalt, der ist der Chef, absolut. Wir haben ja auch nicht über den Inhalt diskutiert, da hätte er auch ehrlicherweise nicht mit mir diskutieren brauchen, weil da hätte er safe verloren. Aber über diese Grundthematik der Wirtschaftlichkeit, der Zeitplanung und so, aber das war, also ich habe jemandem massiv mehr geholfen, als das, was eigentlich das Ziel war und für mich war es ein Problem, zu wissen, wie ich demjenigen helfen konnte, aber aufzuhören nach einer bestimmten Zeit. So, und vor allem habe ich dann ja die Grundproblematik von ihr, weswegen sie operiert wurde, gar nicht in den Griff bekommen. Das heißt, die nächste OP wird ja wiederkommen und wiederkommen und wiederkommen und das, das ist massiv frustrierend, weil du weißt, es ist doch so unnötig, ich nehme doch lieber jetzt 15 Minuten mehr, dafür kommt die aber nicht in zwei Jahren wieder und es kommt eine Operation. Das ergibt ja gar keinen Sinn, so, außer aus der wirtschaftlichen Sicht. Natürlich ergibt das schon einen Sinn. Genau, ja, aber, und das war so, da habe ich recht zügig gemerkt, dass das irgendwie nicht meins ist. Und das zweite Beispiel, und das habe ich im Buch ganz ausführlich beschrieben, das war so die, der Case meines Vaters, der ins Krankenhaus kam, hat lange Kortison genommen, weiß auch keiner, warum der so lange so viel Kortison genommen hat, ehrlicherweise. Aber da war ich auch noch, das ist so, Familienmitgliedern zu helfen ist immer so ein bisschen schwierig, muss man auch sagen. Aber lange Rede kurzer Sinn, mein Vater sollte ein neues Knie bekommen, hat er aber nicht bekommen, weil so weit sind wir gar nicht gekommen, die haben das Kortison abgesetzt, der hat massig viel Probleme bekommen, meine Theorie dahinter ist einfach, der hat 20 Jahre so lange Kortison genommen, dass das, als das abgesetzt wurde, weil man kann es unter so hohem Kortison kann es halt nicht operieren. Das Immunsystem kam halt gar nicht mehr ohne das Kortison klar. So, und dann hat er halt überall Entzündungen bekommen, lange Rede kurzer Sinn, die haben sich alle... Hat das Immunsystem überreagiert, oder was passiert dann? Ja, sowohl als auch. Also das Immunsystem weiß ja gar nicht mehr, wie es halt richtig zu funktionieren hat. Weil es die ganze Zeit unterdrückt wird quasi. Ja, genau, weil du das Kortison ja so hoch dosierst und er hat halt so unspezifische Gelenksprobleme gehabt, keiner wusste halt, wo das herkommt letzten Endes. Und dann gibt es halt, der hat 25 Milligramm Kortison genommen, was unglaublich krass viel ist so. Und das über 15 Jahre. Und dann musste das ausschleichen langsam, weil sonst macht die Nebenniere kein neues Kortisol. Und das hat alles irgendwie nicht funktioniert. Der hat einen CRP-Wert von über 300 gehabt, die ganze Zeit. Aber halt kein... Es gab keinen Fokus im System. Also der wurde von Kopf bis Fuß gerentscht, MRT, alles haben die gemacht, aber die haben halt nichts gefunden. Und am Ende ist er dann auch gestorben. Und auf mich hat halt auch keiner gehört, muss man halt auch sagen. Ich war so der kleine Student. Also eigentlich nicht, weil ich hätte eigentlich sechs Wochen später meinen Examen gehabt und wäre dann Arzt gewesen. Aber dadurch, dass ich das noch nicht hatte, war das so, ja, den hören wir mal nicht und weiß ich nicht. Standen so tausende von sinnfreien Diagnosen im Raum, die ich innerhalb von zwei Minuten entkräftigen konnte, was ich dann auch immer getan habe. Und keiner hat irgendwie so einen Plan gehabt. Dann haben sie einen falschen Medikamentenplan gegeben. Es war dafür, dass es ein Unternehmen ist im Krankenhaus, was ja mit einer gewissen Wirtschaftlichkeit arbeitet. Waren die halt null offen für Dinge, die ich in diesen Raum geworfen habe. Und realistisch betrachtet, das sind Ärzte, die hatten zehn Minuten Zeit. Was hast du vorgeschlagen? Was war deren Ansicht quasi? Und was war das, wo du sagst, da war ich eigentlich konträr, aber sie haben da nicht auf mich gehört? Hilft dir das, wenn ich sage, da stand der Typus Browns-HK im Raum? Nein. Ja, genau. Also standen so verschiedene neurologische, das ist so, Browns-HK ist so ein neurologisches Syndrom, über seronegative, also im Blut nicht messbare Arthritiden, also Arthritis, also Gelenksentzündung. Ist ja auch klug, weil wenn du eine seronegative Gelenksentzündung, das ist so ein bisschen, ja, gibt es, ist super selten. Es gab so Vaskulitiden, also Gefäßentzündungen, die im Raum standen, ist aber alles nicht bewiesen worden. Aber der Moment war vorbei für mich. Die wussten nicht, dass ich Medizinstudent bin in den ersten Tagen. Und die kamen zu mir und meinten, ja, Herr Osterhaus, bei Ihrem Vater, wollen Sie nur kurz auf den neuesten Stand bringen, wir wissen noch nicht so genau, in welche Richtung das geht, aber wir haben jetzt eine Entzündung bei Ihrem Vater eigentlich ausgeschlossen, aber wir suchen, wir gehen davon aus, dass es eine Inflammation hat. Und für alle, die es jetzt nicht wissen, das ist dasselbe, Inflammation und Entzündung, nur unterschiedliche Sprache, müsste man ja sagen. Und das war der Moment, da war ich raus schon. Also das war so, Leute, ich kurz in sechs Wochen das Examen und die, war eine ganz unangenehme Situation plötzlich zwischen allen. Und was ich vorgeschlagen habe, ist das, was ich auch heutzutage immer vorschlage, dass man halt sich nicht nur aufs Problem fokussiert, sondern halt auch auf den Rest. So, dass man halt sich alle anderen Sachen anschaut, die ganzen Mikronährstoffe, der lag, du musst dir überlegen, der hat 25 Kilo im Krankenhaus abgenommen, der lag sechseinhalb Monate im Krankenhaus, der ist als gehender Mann reingekommen und am Ende im Rollstuhl herausgefahren mit parenteraler Ernährung, der hat nicht mehr gegessen selber. Und da wurde weder über Aminosäure noch über Omega-3 oder über andere Dinge geredet. Ob das jetzt das Problem gelöst hätte, weiß ich nicht. Aber die waren einfach null offen, in so eine Richtung zu schauen. Ich glaube, ein ganz großes Problem an der Thematik ist, du hast in der Allgemeinbevölkerung immer so diese, ich glaube, das nimmt in den letzten Jahren sehr stark ab, weil die Leute skeptischer werden und kritischer hinterfragen und sich auch selbst weiterbilden. Aber du hast immer so diese Ansicht, naja, so Vitamine und Omega-3 und Mineralien und so, das ist so ganz nice, aber eigentlich brauchen wir das auch nicht so wirklich und vielleicht bringt es so ein bisschen Vorteile. Aber wenn du wirklich ein Problem hast, dann brauchst du Arzneimittel. Was ja bei vielen Problemen auch stimmt. Wenn du irgendwie eine riesige Entzündung hast, dann solltest du es nicht versuchen, mit Vitamin C alleine irgendwie wegzubekommen. Aber was halt viele Leute vergessen, ist, wenn halt du in allen Bereichen, wenn du irgendwie zu wenig Vitamine kriegst, zu wenig Mineralien, dein Omega-3 komplett kacke ist, ist es trotzdem so, dass wir, wenn das alles richtig schlecht läuft, einfach viel schlechter überleben, weil ja, also man kann ohne Arzneimittel überleben, man kann aber nicht ohne Vitamine überleben. So, deswegen heißen sie so. Ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass die Leute, also es ist jetzt nicht so, dass ein bisschen mehr Vitamine, wenn man von gut zu sehr gut geht, plötzlich dafür sorgen, dass man unsterblich wird. Aber auf der anderen Seite kann es einem ziemlich kacke gehen, wenn man sich gar nicht darum kümmert. Ja, safe, also du musst ja nur mal in die Vorklinik zurückspulen, in die Biochemie, die ich zum Beispiel vier Semester lang hatte. Also ohne Nährstoffe, egal ob Magnesium, Zink, Selen oder auch alle anderen Vitamine, da ist nix. Also das ist einmal eins der Medizin, auch der Schulmedizin. Der Stoffwechsel funktioniert nicht, wenn du diese ganzen Zwischenstoffe gar nicht hast. Erzähl doch mal, wie T4 und T3 so funktionieren und was man dafür braucht. Ja, das ist so ein frustrierendes Thema, weil das ist so, es ist ja ganz logisch, wenn der Körper etwas produzieren möchte, ein Hormon wie jetzt T3 oder T4, also die Schilddrüsenhormone oder noch besser das FD3 und das FD4, dann braucht der ja irgendwas, woraus der das produzieren kann. Das macht der ja nicht aus Luft und Liebe. Und das macht der auch nicht aus Wasser und auch nicht aus Ibuprofen. Sondern es braucht dafür verschiedene Dinge. Die Grundsubstanz ist erstmal Tyrosin, das ist eine Aminosäure, ganz einfach. Zweite Sache ist Jod. Wir leben in einem Jodmangelgebiet. Das wird auch nicht besser, wenn wir noch mehr Jod ins Salz kippen. Sogar vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Sogar die sagen das. Ja, diese Sachen denkt man sich ja nicht aus, sondern die sind ja von öffentlichen Instanzen preisgegeben. Und wir sehen das ja überall, egal welche Verzehrstudien oder was auch immer wir uns anschauen. Und wir sehen das ja nicht nur in den Daten, dass wir meistens zu wenig Aminosäuren zu uns nehmen, was ja auch logisch ist, wenn man sich anguckt, wie die Menschen sich ernähren. Zweitens, dass wir zu wenig Jod haben. Wir leben in Deutschland sowieso in einem Selenmangelgebiet ebenfalls. Auch deswegen sind diese Werte, die man im Blut misst, völlig irreführend, weil man sich ja mit Deutschen vergleicht. Also das ist total irreführend, muss man ehrlich aber sagen. Das brauchen wir noch. Und das, was wir am Ende noch brauchen, was aber nicht so direkt in dieser Struktur auftaucht, ist Eisen. Und wir wissen von all diesen Substanzen, dass wir davon zu wenig bekommen. Und ich verstehe ehrlicherweise auch diese Ignoranz und diese, also warum müssen wir darüber noch diskutieren? Das wissen wir doch. Also kurz, zweites Semester Biochemie, da wissen wir, wir brauchen die Sachen. Also warum, mit welcher Ignoranz setze ich mich da hin und sage, ich messe das nicht. Das ist auch so das, dieses Schilddrüsenbeispiel ist so eins der typischen, woher auch so ein bisschen mein Frust kam. Weil halt ich den Leuten gesagt habe, hey, wenn ihr schon zum Arzt geht, dann nehmt noch ein bisschen Mehrwerte ab. Irgendwie nicht nur TSH, sondern schaut doch mal the whole line an. Dann zu sagen, okay, kümmert euch, selbst wenn ihr Thyroxin kriegt, also was ja T4 ist, kümmert euch bitte darum, irgendwie noch genug Selen zu kriegen, damit es auch konvertiert werden kann. Und dann gehen halt Leute damit zu ihrem Arzt oder Erz und die sagen, ja, nee, also das brauchst du nicht. TSH reicht und Thyroxin passt, nimm das einfach und dann gucken wir in ein paar Wochen wieder. Und du denkst dir einfach so, ey, was soll das? Wenn die Schilddrüse normal funktioniert, reicht das auch. Das Problem ist, dass die Leute ja nicht zum Arzt gehen, wenn das alles funktioniert. So, ja, theoretisch gesehen würde das reichen. Aber auch nur theoretisch gesehen. Wenn da irgendwas in diesem System nicht läuft, dann reicht eben nicht TSH, auch nicht FT3, auch nicht FT4. Dann sollte man auch noch RT3 mit abnehmen. Und das ist, und ich hatte zum Beispiel letzte Woche, hatte ich, ich glaube, es war ein Arzt und irgendwie Wissenschaftler, der haben mir ganz viele Leute zugeschickt. Deswegen, ich habe da am Wochenende super viel mir angeguckt, der Daten und Studien gepostet hat. Und weil ich letzte Woche ein Interview in der Zeitung hatte und die haben dann irgendwie auch eine Werbeanzeige da zu diesem Ding geschaltet. Ich bin halt interviewt worden von der SZ. Und die haben halt irgendwie einen Post bei Instagram gemacht, dass ich sage, so man soll präventiv Blutwerte abnehmen. Und er hat dann erzählt in seiner Story, ich hätte gar keine, oder er würde anhand dieses Posts, den ich ja gar nicht erstellt habe, sondern er hat ja die Zeitung gemacht, so, würde er sehen, dass ich gar keine Ahnung hätte. Und dann hat er so riesengroße Cochrane-Reviews da reingehauen und gezeigt, so präventive Diagnostik ergibt überhaupt keinen Sinn. und Präventionsmedizin ergibt so auf Mortalität und Co. keinen Sinn, wirft es in einen Topf. Ich habe mir diese gesamte Cochrane-Review, ich saß zehn Stunden am Wochenende im Zug, angeguckt. Es ist überhaupt nicht ersichtlich, was in diesen Studien für Blutwerte genommen werden. Da sind großes Blutbild, Hämoglobin und dann irgendwie CT, aber Leute, standardmäßig mit einem großen Blutbild, so, ja, kein Wunder, dass die nicht länger leben. Genau, standardmäßige Präventionsuntersuchung und sowas wird dann genommen, um zu sagen, ja, es ergibt gar keinen Sinn und dann irgendwelche Sachen im Blut anzupassen, das macht doch eh keiner. Also, du guckst dir doch keinen Wert an und sagst, der Wert ist schlecht, du fühlst dich nicht schlecht, lass mal auffüllen. Das macht man ja nicht. Sondern man muss ja schon keine Laborwerte behandeln, sondern Menschen und das in eine Korrelation bringen. Schlechte Werte, Symptome und Puff. Also, ich muss das jetzt nochmal ganz direkt ausdrücken. Wenn ein Arzt sagt, hey, es hat keinen Sinn, wenn du das Geld dafür hast oder es halt ersetzt kriegst, dass du viele umfassende Blutwerte machst, dann ist die Person ein Vollidiot. Weil du kannst in jedem anderen Bereich, wie machen wir es beim Auto? Es gibt den TÜV und man schaut immer mal wieder, bevor du mit 180 plötzlich zwei Reifen verlierst und gegen die Wand bretterst. Das kann man auch im medizinischen Bereich so sehen. Und wir sagen ja auch im Auto, wir haben irgendwie einen Tacho und wir haben einen Ölstand und wir haben irgendwie sonst was alles. Ich kenne mich jetzt mit Autos so krass von der Technik nicht aus, aber wir haben so ganz viele Instrumente, die theoretisch irgendwie sagen, was wir da haben. Und wenn der Reifendruck absinkt, dann warten wir auch nicht, bis der Reifen halt platt ist, sondern das Auto sagt, hey, Moment mal, Freundchen, da ist was. Und da kann ich wirklich einfach nur sagen, wenn Ärzte sich dagegen wehren und ihr habt die finanziellen Mittel oder halt, wie gesagt, es wird übernommen, wenn sie sich dann dagegen wehren, dass sie Blutwerte nehmen, weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Und oftmals liegt es auch daran, dass sie keine Ahnung haben, was sie mit den Blutwerten dann anfangen sollen. Sie wollen das euch aber nicht sagen. Weil wenn ihr natürlich die ganzen Blutwerte abnehmt und dann fragt ihr euren Arzt mal, hey, was ist denn das eigentlich und wieso sieht eigentlich mein RT3 so aus und so weiter, in vielen Fällen wissen die nicht, wieso das nicht so aussieht oder wieso es so aussieht oder wie überhaupt die Normwerte zusammenkommen. Vielleicht erklärst du auch mal kurz das Thema Normwerte. Also das mit dem Vollidioten, muss ich auch kurz hinzufügen, das hast du gesagt. Ja, da stehe ich auch voll dahinter. Aber lass mich noch einen Satz dazu sagen. Ich finde tatsächlich, dass sie keine Ahnung haben, gutt oft, sehe ich auch so. Ich finde, das viel größere Problem ist, dass die meisten sich selbst anmaßen, überhaupt was zu diesem Thema zu sagen. Warum bleiben die nicht in ihrem Bereich und machen weiter super Herzchirurgie und Ortho und weiß ich nicht und werden da besser? Also warum muss jetzt jeder heutzutage plötzlich anfangen und gegen dieses Nährstoff, Vitaminen, präventive Blutanalysen und Co. Warum muss da jetzt jeder gegenschießen? Also logischerweise, finde ich, ergibt es überhaupt keinen Sinn. Das ist wie wenn der Autolackierer sagt, hey, der Typ, der, keine Ahnung, die Sitze gemacht hat, hat keine Ahnung. Ja, absolut. Aber ich bin auch kein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mechaniker, der Mechaniker gelernt hat, plötzlich auch sagt so, oh, das Motorrad, das würde ich so operieren. Ja, also jetzt kommt wahrscheinlich irgendein Schlaube da hin und sagt, ja, sowas ganz anderes. Ja, genau, ist es ja auch, aber, ne, und vielleicht ist auch die Ausbildung eine andere, ist ja auch irrelevant. Aber warum muss heutzutage jeder, der keine Ahnung von dem Thema hat und in diesem Thema nicht drin ist? Und da muss man ehrlicherweise sagen, die allerwenigsten in Deutschland und es soll gar nicht so rüberkommen, als würde man irgendwie schlecht über Ärzte reden, sondern es geht darum, dass die, es sind aber halt leider oft Ärzte, die dann eben sagen, ja, das ergibt keinen Sinn, das macht, das ist total unlogisch, Vitamine brauchen wir nicht. Und ich verstehe gar nicht, warum ständig über ein Thema geredet wird. Das ist so, als würde ich mich hinsetzen bei Instagram und sagen so, die ganzen Operationen für die Schulter, die brauchen wir gar nicht. Also wir können viel mehr, wie ich eben gesagt habe, aktiv, passiven Hang, geht ins Fitnessstudio. Ey, die Leute geben so viel Geld für Rauchen und Alkohol aus. Worüber reden wir gerade? Dass die Leute kein Geld für Blutwerte ausgeben sollen? Also verstehst du, was ich meine? Ich verstehe diese Diskussion, die da draußen herrscht, schon gar nicht. Und ich verstehe auch gar nicht, also ich habe gar keine Zeit, mich über sowas mit irgendjemandem auszutauschen. Und da muss man sagen, die Leute, die da interessiert dran sind, die kommen dann erstmal auf einen zu und sagen so, hey, krass, was du da machst und mega cool, wie viel Zeit du investierst. Ich sehe das anders. Kannst du mir das, also warum siehst du das so? Die gehen dann in so ein Disput und setzen sich nicht direkt hin und sagen so, ah, der ist scheiße, weil der macht das und das und das. Das ist so nicht. Ich poste zwei Studien rein, verdrehe die Tatsache ein bisschen und am Ende kommt eine Aussage raus, die eigentlich was ganz anderes aussagt, aber sich so anhört, als hätte die Person Unrecht. Ja, das Ding ist, viele Ärzte sind es ja auch nicht gewohnt, dass auf Social Media man auch mal ein bisschen Gegenwind kriegt, wenn man Blödsinn postet. Deswegen finde ich das Social Media so genial, weil du halt nicht dieses Thema hast, dass ein Arzt einfach nur mit einem Patienten redet und das war's oder ein Arzt redet mit einem in der Zeitung und das war's, sondern Ärzte machen sich Aussagen zu eigen oder posten die selbst. Und dann gibt es aber auch Leute, die können das kritisieren und das mögen dann manche Ärzte nicht so gerne. Aber genau das ist das, was wichtig ist, damit jeder eben lernt, hey, Moment mal, wenn ich was in die Welt schreie und ich habe eine Expertise in einem gewissen Thema, muss ich auch aufpassen, meine Expertise nicht zu überschreiten, weil sonst, wieso sage ich irgendwie wenig über Kosmetik, außer dass man einen Sonnenschutz tragen muss, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass das eine gute Sache an sich ist, weil ich halt keine Ahnung von Kosmetik habe. Deswegen rede ich halt nicht drüber oder über, keine Ahnung, Schulter-OPs oder sowas. Und zweiter Punkt ist auch bei dem Thema, das ist jetzt wieder eine sehr klare Aussage, aber ist auch vielleicht nicht ganz politisch korrekt, aber that's how I think. Per Normalverteilung ist es ja per Definition so, dass 50 Prozent der Menschen, egal in welchem Job, unterdurchschnittlich gut sind oder unterdurchschnittlich gute Ergebnisse liefern, wenn wir an eine Normalverteilung glauben. Und wenn ich mir überlege, was mein Anspruch an Ärzte ist, wie so irgendwie du und Caro jetzt so meine Ärzte sind, mit denen ich super gut klarkomme, dann würden wahrscheinlich 95 Prozent der Ärzte dem Anspruch nicht genügen, weil ich halt nur mit den Besten zusammenarbeiten will und halt Leute haben will, die ganz viele verschiedene Charaktereigenschaften haben, die sagen, hey, ich möchte mich irgendwie permanent weiterbilden, ich bin bereit auch zu sagen, wenn ich keine Ahnung habe und quasi ich dediziere mein ganzes Leben dem Thema. Und wenn ihr dieselben Ansprüche habt, habt, wie ich sie jetzt beispielsweise habe, dann wird das auch für euch so sein, dass die meisten Ärzte, auf die ihr trefft, euren Ansprüchen nicht genügen werden. Und jetzt ist immer nur die Frage, wie findet ihr es herauszufinden, wer diese Ansprüche quasi hat und wem die genügt, aber das muss man sich mal vielleicht zu bewusst werden. Sorry, wenn das auch sehr hart klingt, aber den Anspruch habe ich halt an die Leute, die ich irgendwie um mich haben will. Ja, nee, absolut. Also das ist ja, ich hätte es jetzt vielleicht nicht so formuliert, aber ich verstehe hundertprozentig, was du meinst. Weil das ist ja auch, und deswegen kann ich auch tatsächlich zu einem Punkt, diese Frustration, die du am Anfang angesprochen hast, ich kann das nachvollziehen, weil ich zwischendurch auch immer mal wieder in diese Frustration reingerate. Ich poste das dann nicht, aber ich komme, also machst du ja auch nicht mehr, aber ich komme in diesen Frustrationsmoment so oft rein, weil ich auch gar nicht, gutes Beispiel, da steht jetzt Zero. So, irgendeiner oder mehrere, vor allem, weil ich es jetzt anspreche, werden sich jetzt hinsetzen und sagen, wie kann der das trinken? Wenn ich eine Cola trinken würde, dann wäre das kein Problem. Oder Cola Leiter. Ja, nee, aber vor allem eine Cola mit Zucker, dann wäre das kein Problem. So, das ist aber, es wird ständig, also es muss sich doch auch nicht jeder von dem angesprochen fühlen, was wir machen. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber es ist so, ich stelle mich doch auch nicht auf die Straße und sage, alle Leute, die Alkohol trinken, sind scheiße. Das mache ich doch auch nicht. So, da gibt es doch verschiedene Gründe für, warum macht man das. Klar gibt es natürlich Abhängigkeits, da müsstest du jetzt mit meiner Verlobten reden, die ist ja Suchtherapeutin und Co. Aber das ist so, ich verstehe gar nicht, warum müssen wir ständig über irgendjemand anderen urteilen, vor allem ohne mit demjenigen mal gesprochen zu haben vorher. Es ergibt, finde ich logisch, überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, so seit einem Jahr, und da habt ihr sicher einen großen Teil dazu beigetragen, schießen sich so diese ganzen Medien auch auf diese Nahrungsergänzungsmittel und Co. Es schießen sich alle ein. Die meisten Informationen, die da kursieren, sind einfach hochgradig falsch. Also muss ich ja sagen, das beste Beispiel dafür war letztens diese Spiegel-Coverstory. Also als der Spiegel irgendwie geschrieben hat, Nahrungsergänzungsmittel, sinnlose, oder die Nahrungsergänzungsmittel-Lüge war glaube ich der Titel oder so. Und dann irgendwie oft sinnlos, teilweise gefährlich. Das war so, das war so das Framing, wo du einfach, ey, wir brauchen uns nur die größten Mängel in Deutschland anschauen und irgendwie die Referenzwerte und was Optimalwerte wären und es ist wissenschaftlich völlig unmöglich, dann zu dem Schluss zu kommen, dass wenn der Großteil der Bevölkerung nachweisliche Mängel hat, die von deutschen offiziellen regierungsnahen Behörden bestätigt werden, dann kannst du nicht auf den logischen Schluss kommen, zu sagen, ja, Supplements sind meistens sinnlos. Ja, also das sowieso nicht. Erstens das nicht. Zweitens sehen wir das ja tatsächlich auch in der Praxis, dass das einfach ganz anders ist und dass du mit Nahrungsergänzungsmitteln unglaublich viel bewirken kannst. Ganz direkte Frage dazu. Ja, okay, mach. Wie viele Leute hast du, die in die Praxis kommen, keine Supplements nehmen und aus deiner Perspektive optimale Blutwerte haben? Also ich glaube, was man definieren muss, ist dieser Punkt optimale Blutwerte erstmal. Optimal, also nicht normal, sondern optimal, wie du es sehen würdest, wie du dich einstellen würdest. Es geht ja nicht nur um die Blutwerte, ob die optimal sind, sondern das muss ja immer im Kontext mit der Person stehen. Ja, ziemlich einfach. Also eigentlich fast gar keiner. So die Frage ist dann natürlich, sind Supplemente oder Nahrungsergänzungsmittel die Lösung oder ist eine Lifestyle-Anpassung die Lösung so? Also bei uns ist es zumindest nicht so. Ja genau, also bei uns ist es nicht so, dass wir nur eins machen, sondern wir machen in der Regel beides und das gleichzeitig, damit du den bestmöglichen Benefit bekommst auch. Aber es gibt zum Beispiel, um jetzt mal ein plakatives Beispiel zu melden, Omega 3. Ja, wenn du dir die Daten anschaust, zwei Rationen Fisch in der Woche, so zwischen 125 und 200 Gramm in der Woche, können dazu beitragen, dass dein Omega-3-Index so zwischen 8 und 9 Prozent landet. Aber zu welchem Risiko? Also der Fisch heutzutage ist so Schwermetall belastet, selbst in Bio-Farmen und Co. Und nicht nur Schwermetalle, dieses ganze Thema, Dioxide und so weiter. Ja, Plastik und alles mögliche. PCBs heißen die, glaube ich, die anderen, die wir uns mal angeguckt haben für so ein Lachs-Video. Was war das? Wir haben uns mal diese ganzen Höchstwerte angeschaut für zwei TikTok-Videos. Das eine hat damit begonnen, hört auf, täglich Thunfisch zu essen. Und das andere war, hört auf, täglich Lachs zu essen. Das waren die Hooks. Weil wir haben uns das ganze Thema Fisch mal angeschaut und haben einfach nur die Grenzwerte genommen, die ja sogar beim Thema Thunfisch noch höher gesetzt werden, was ja gar keinen Sinn ergibt. Und da kamen wir irgendwie zu der Konklusio, dass so 150 Gramm Lachs pro Woche oder so waren noch safe und bei Thunfisch sogar weniger. Also es war wirklich nicht viel. Und da war ich auch nochmal so sehr bei dem Thema, okay, Fisch ist jetzt wahrscheinlich in der heutigen Nahrungsmittelindustrie nicht so die beste Wahl. Absolut. Und genau darauf wollte ich auch hinaus. Man kann an einen optimalen Blutwert kommen, aber die Frage ist halt, was kaufe ich mir dadurch für andere Probleme ein? Und wir wissen, dass der Omega-3-Index super essentiell ist. Mein Doktorvater in dem Kontext haut da sogar ganz andere Hypothesen raus und ist da der Meinung, weil wir forschen ja so ein bisschen auf dem Bereich Fettsäuren und Co., dass das eine ganz andere Reichweite mit sich zieht, so das Thema Omega-3, nämlich bei Aufnahme von anderen Nährstoffen und Co. Da vielleicht dann irgendwie mal in einem halben Jahr mehr Infos zu. Aber das sind so Punkte und das war so dritter Punkt, also ich habe ja gerade eben zwei Punkte gesagt, dritter Punkt von eben war, es wird ja auch ständig nur über die Nebenwirkung geredet. Und ich finde das so abstrus, ehrlicherweise. Das ist so, als würdest du in ein Autohaus gehen und der Autoverkäufer sagt dir, den Dreier, den können sie kaufen. Sehr schönes Auto. Aber, ich muss Ihnen sagen, wenn Sie zu fest aufs Gaswähler treten, dann könnte es sein, wenn der Baum an der falschen Stelle steht und Sie fahren dagegen, dass Sie sterben. Eventuell gibt es auch die Wahrscheinlichkeit, dass andere Menschen nicht so gut Auto fahren können wie Sie und Sie dadurch dann in einen Unfall geraten, obwohl Sie gar nichts falsch machen. Wie oft ist eine Vitamin-D-Intoxikation im Verhältnis zu einem Mangel? Es wird aber trotzdem nur, oder nicht nur, aber so oft heutzutage über diese Intoxikation gerät. Natürlich sollte man nicht 40.000 Einheiten Vitamin D am Tag über mehrere Wochen oder Monate zu sich nehmen, aber man sollte halt auch nicht irgendwie zwei Flaschen Wodka am Tag trinken. So, ja, aber ich verstehe diese Verhältnismäßigkeiten ganz oft gar nicht. aber, und das ist so der große Punkt, das lässt sich halt gut verkaufen, weil mit Angst, und das haben wir ja gerade so in den letzten zwei, drei Jahren sehr schön gelernt, wussten wir ja vorher schon, aber mit Angst lässt sich unglaublich viel und unglaublich schnell etwas bewegen in eine Richtung, in die man es halt haben möchte. Ich glaube, ich habe noch eine sehr gute Analogie für dieses Beispiel. Das hat mich auch schon sehr häufig aufgeregt, der Punkt, und ich habe mir überlegt, was ein gutes Beispiel wäre, um das Leuten zu erklären. Stell dir vor, bei der aktuellen Bevölkerung und irgendwie roundabout 50% Übergewicht und ich weiß nicht, was jetzt die durchschnittliche Sportanzahl pro Woche ist, aber die meisten Leute machen sehr wenig Sport, würden die Medien den ganzen Tag nur voll sein, damit zu sagen, oh mein Gott, Übersportrisiko, Überbelastung, Fersensporn, kardiovaskuläre Risiken bei Extrem-Ausdauer-Athleten und das wäre das Einzige, was du über Sport hören würdest und keiner würde sagen, hey, wenn du keinen Sport machst, vielleicht geh mal viermal die Woche und dein Leben wird sich schon ziemlich verändern. Genau das wird im Endeffekt bei Nahrungsergänzungsmitteln gemacht, weil Vitamin D ist ein perfektes Beispiel. Damit du eine Vitamin D Überdosierung kriegen kannst, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst ein Supplement, was einfach nicht gut produziert ist und du hast halt Überdosierung, ein Beispiel haben wir ja mal aufgedeckt schon mal bei einem anderen Hersteller, oder du hältst dich einfach an keinerlei Einnahmeempfehlung und nimmst das 20-fache von allem, was irgendwie sinnvoll wäre und ja gut, aber das ist halt mit vielem im Leben so, dass das dann nicht gut ist. Ich nehme mal irgendwie 20, 400er I-Bus, da geht es dir auch nicht so dolle. Und es ist, in meiner Sicht ist es unmöglich, aus Versehen oder quasi ohne aktiv was richtig falsch zu machen, einen Vitamin D-Mangel zu kriegen, äh, Vitamin D-Mangel, Vitamin D-Überdosierung, aber trotzdem sind das die einzigen Storys, die du immer hörst. Ja, und du hast das irgendwann mal in deiner Story, glaube ich, gesagt, als du, ich glaube, du warst irgendwie in der Praxis, hast Blut abgenommen oder so und du hast irgendwann mal sowas gesagt, so für mich unter anderem als Mitanteilnehmer einer Supplement-Firma, also für dich, ich rede aus deiner Perspektive, ähm, wäre es ja das Beste, wenn die Leute Blutwerte messen würden, weil dann alle sehen würden, wie die Werte sind. Und das ist ja auch das, was man im besten Fall empfehlen kann, Werte nehmen, dann supplementieren und dann wieder messen, weil du einfach häufig, auch manchmal Leute hast, die nehmen 5.000 Einheiten Vitamin D, da passiert fast gar nichts, dann hast du Leute, die nehmen 2.000 Einheiten, der Wert geht gut hoch, nicht zu hoch, aber gut hoch, ist ja ehrlicherweise bei 4.000 Einheiten, du kannst dich ja gar nicht überdosieren so, ja, ähm, und deswegen ist es schon gut zu messen, weil natürlich auch viele Dinge auf diesem Weg vom Mund bis ins Blut oder in die Speicher passieren können, von Aufnahme geht nicht, du nimmst es falsch ein oder es wird mehr verbraucht oder bei Frauen Eisen wird ausgeschieden aufgrund von der Periode und Co., von daher gibt es natürlich schon Sinn zu messen, aber dann hast du wieder Leute, die sagen, messen ergibt keinen Sinn, wo du auch denkst so, hä? Also es, ich verstehe es einfach nicht so, weil es wird irgendwie an jeder Instanz wird irgendwie, gibt es einen Experten, der irgendwo reinschießt, aber es gibt halt wenig Leute, die dieses große Ganze mal überblicken so und dafür bräuchte es am besten Facharzt, aber den gibt es halt nicht. Was mir halt auch so ein bisschen vorkommt, ist das Thema, wir haben ja in der Medizin haben wir einfach Leitlinien und die sind ja super gut, weil wir es schaffen, Dinge zu systematisieren und irgendwie dafür zu sorgen, dass alle irgendwie einen einheitlichen Wissenstand haben, was halt ganz wichtig ist für euch da draußen zu verstehen, die Leitlinien sind nicht darauf optimiert, individuelle Gesundheit zu optimieren, sondern die Leitlinien sind darauf optimiert, gesellschaftlich, ökonomische, medizinische Versorgung zu gewährleisten. Was ich damit meine, ist folgendes, laut Leitlinie, beispielsweise kardiovaskuläres Risiko, das weißt du am besten, schaut man sich mir das 10-Jahres-Herz-Kreislauf-Risiko an und schaut halt immer, also das kann man erst ab 40 ausrechnen und selbst bei Leuten, die irgendwie genetisch hohes Cholesterin haben, zeigt das viel zu spät irgendwas an und es gibt halt viele Leute, die sterben an einem atherosklerotischen Event, das verhindert werden könnte, wenn man sich die Werte drastischer, aggressiver früher anschaut. Das Ganze macht gesellschaftlich ökonomisch Sinn, wahrscheinlich, ich weiß noch nicht mal, ob es nicht sogar gesellschaftlich günstiger wäre, wenn die Leute nicht sterben und wir einfach früher ein bisschen Statine und Co. da reinhauen, aber gut, lassen wir es mal beiseite, gesellschaftlich, ökonomisch ist das durchaus verständlich, aber das ist halt nicht das, was individuell sinnvoll ist und deswegen braucht ihr auch nicht verwundert sein, wenn Ärzte, die nur die Leitlinien kennen, weil sie vielleicht einfach nur im Studium waren und danach praktiziert haben, aber zwischen Studium und danach nicht mehr so viel an Wissen dazugekommen ist, dass die dann halt oftmals Dinge machen, wo man sich denkt, hm, das könnte schlauer gehen. Ja, absolut, also ich glaube, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, zu diesem Bevölkerungs- und diesem Individuumsthema und du hast die Frage irgendwann eben gestellt, ich bin so dezent übergangen, als es um Normalwerte ging, das ist ja auch so, wenn wir uns Blutwerte anschauen, grüner Bereich, das sieht ja am besten aus irgendwie, weil bei grün darf man halt auch über die Ampel gehen, rot ist irgendwie der schlechte Bereich, tatsächlich ist es aber nur die halbe Wahrheit, weil dieser grüne Bereich macht halt 95 Prozent aus, also statistisch eine gausche Normalverteilung und Referenzwerte, also das, was als normal klassifiziert ist, aber auch ehrlicherweise der Otto-Normalverbraucher mit 40 Rückenschmerzen und das heißt auch normal, aber das ist ja vielleicht der Durchschnitt, aber normal sollte das bitte nicht sein, dann ist es einfach so, dass das für die Bevölkerung natürlich Sinn ergibt, um sich einen Querschnitt anzuschauen, beziehungsweise also nicht den statistischen Querschnitt, sondern einfach anzuschauen, was ist so Durchschnitt, wo sind Ausreißer, wie und was und wo und das in den Referenzbereich reinzupacken, um auch einen schnellen Überblick zu gewinnen und zu gucken, hey, wo ist denn Krankheit und für das Individuum ergibt das aber überhaupt keinen Sinn, weil ich nehme einen statistischen Referenzbereich, stülpe den über ein Individuum drüber und jetzt heißt es, der Wert ist viel zu hoch, vielleicht ist der Wert schon seit 30 Jahren viel zu hoch und der passt halt nicht in diesen Referenzbereich rein, weil 2,5 Prozent nach unten und 2,5 Prozent nach oben sind Ausreißer, beziehungsweise 2,25 Prozent sind Ausreißer und das würde theoretisch aber auch als Problem oder als krank diagnostiziert werden erstmal, dann wird natürlich weitergeguckt und dann merkt man, das ist irgendwie doch kein Problem, aber ich denke, das ist mit das größte Problem an der Medizin, die wir heutzutage haben, sind diese Referenzbereiche, weil dadurch, wenn nur mal angenommen, ich sage jetzt nicht, es ist so, ich will auch nicht sagen, es ist nicht so, aber es ist so. Er will sich nicht angreifbar machen. Genau. Schilddrüse wird immer schlechter. Ich wollte gerade, ich wollte genau das Beispiel abfragen. Schilddrüse wird immer schlechter. So, egal ob durch Nährstoffmängel, durch Hormonprobleme, durch Pilleneinnahme, durch was auch immer. Das heißt, wir schauen uns den Durchschnitt oder den Querschnitt der Schilddrüsen-TSH-Werte der letzten 60 Jahre an. Da war der Referenzbereich ein anderer vor 60 Jahren als heute. Und das ist, weil sich die Bevölkerung verändert. So, aber entwickelt die sich jetzt in eine gesunde oder eine kranke Richtung? Das hängt natürlich davon ab, was man sich dann auch anschaut. Aber ich war, vor 60 Jahren war ich gesund und heute nicht mehr. Aber das kann ja nicht sein. Also klar, wenn ich jetzt 60 Jahre alter in dem Kontext, natürlich schon. Aber das heißt, wenn wir als Bevölkerung kränker werden, dann werden die Krankenwerte irgendwann ja als normal oder als Referenzbereich eingeschubt, weil es die statistisch gesehen überhand nimmt. Und damit sieht das aus, als wäre ich im grünen und guten Bereich. Ich möchte das nochmal ganz kurz wiederholen, weil das ist so wichtig zu verstehen. Die Blutwerte, oftmals, nicht alle, aber oftmals, die ihr kriegt, wenn ihr zu einem Arzt geht, sind einfach die Referenzwerte, sind einfach nur so bestimmt, dass quasi die Frage gestellt wird, hey, wie müssten wir den oberen und den unteren Bereich definieren, sodass circa 95 Prozent der Leute quasi da reinpassen? Und das bezeichnen wir als normal. Und wenn aber die insgesamte Bevölkerung einfach immer ungesünder wird oder beispielsweise eine immer schlechtere Schilddrüse hat und so weiter, dann wird es immer normaler, schlechte Schilddrüsenwerte zu haben. Und mit Werten, mit denen du früher krank gewesen wärst, bist du heute plötzlich nicht mehr krank. Und das ist ja vollkommen abstrus. Wir fangen ja auch nicht an zu sagen, hey, guck mal her, die Gesellschaft wird immer dicker, dann lass uns einfach mal Übergewicht und Diabetes und Insulineristenz einfach anders definieren. Das ist neu normal. Ist okay. Lass einfach anders definieren, dann ist auch keiner mehr krank. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das ist so und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt über das, was wir ja reden, das ist eigentlich nicht Medizin. Also es ist schon Medizin, aber wenn man sich Medizin eigentlich anschaut, ist Medizin definitionsgemäß die Lehre von Krankheit. Und wir gucken uns ja eigentlich die Lehre von Optimierung oder die Lehre von Leistung an. dass das Wort die Lehre von Krankheit heißt? Nee, aber darum geht es im Studium, meine ich jetzt so. Ich weiß gar nicht, ob man Medizin so wörtlich übersetzen kann, aber kann man das? Ja, komm, es wird Medikus oder so. Ja, müssen wir jetzt mal nachgucken. Aber es ist, also du lernst im Studium Krankheitslehre, krankheitsorientierte, du lernst Krankheit A, was gebe ich, was ist die Ursache? Bei den Ursachen steht meistens sowas wie noch nicht geklärt. Und eine der Therapien ist auch sowas wie Lifestyle, das steht dann als einen Punkt, du weißt aber halt nicht, was Lifestyle ist. Und dann kommen halt Medikamente und Sachen. Und das ist ja, und das ist glaube ich ganz wichtig nochmal zu betonen, Das ist mega gut. Und wir sind in Deutschland so krass weit, was dieses Medizin-Thema angeht, auch wissenschaftlich gesehen, aber in dem Bereich dahinter entwickeln wir uns ja so extrem zurück. Und ich hatte mal eine sehr schöne Podcast-Aufnahme mit jemandem, der meinte, und ich habe diese Analogie früher tatsächlich in der Schule auch immer benutzt, ich kam mal so nach Hause, hatte irgendwie eine 4, das war ausreichend, ausreichend ist ja bestanden, bestanden ist gut, gut ist 2 und 2 ist fast 1. Und so kannst du es ja jetzt nicht sagen, aber diese Referenzbereiche sind ausreichend. Das ist nicht, dass wir dann krank wären, aber die Frage ist, der untere Referenzbereich ist vielleicht noch ausreichend, aber wie ist dieser obere Referenzbereich oder wo muss ich hin? Das heißt, wollen wir ausreichend versorgt sein oder wollen wir gut versorgt sein? Ja, und ich finde auch dieses, also der Gedanke überhaupt zu sagen, naja, was heißt eigentlich eine definierte Krankheit? Also weil eigentlich, es gibt nichts Binäres, es gibt nicht irgendwie gesund oder krank oder sonst was, sondern es gibt immer nur die Frage, wie gesund bist du und wie krank bist du? Und das, was heutzutage als normal eingestuft wird, ist eigentlich so, hm, du bist irgendwo zwischen gesund und krank. Ja, genau, genau, das ist ja auch das, warum ich in dem Buch das so dieses Gap-System genannt habe, klar noch wegen diesen ganzen Buchstaben und Begrifflichkeiten und Co., aber weil wir haben diese Lücke, wir wissen so, Krankheit fängt hier an, aber, also wo ist denn jetzt gesund? Also gesund ist vielleicht so ab hier, mega gesund und was ist dann dazwischen? Und ich würde behaupten, dass der Großteil der Menschen dazwischen liegt. Die sind nicht richtig krank, aber die sind von den Werten her auch nicht so, dass sie richtig in diesem Performance oder Leistungsbereich unterwegs sind. Und das ist okay, da muss ja gar nicht jeder rein, so, aber es wird halt schlecht gemacht, wenn man da rein will. Und das ist so dieses, ist schon so ein bisschen abstrus, ehrlicherweise auch, finde ich. Man kann ja auch einfach für sich selbst bestimmen. Ihr könnt euch so ein bisschen die Frage stellen, wenn ihr, wenn ihr euch auf die Straße stellt, ihr wartet mal fünf Minuten, guckt euch hundert Menschen an, die vorbeilaufen irgendwo in der Innenstadt und dann stellt ihr euch die Frage, okay, will ich, dass ich gesundheitlich bin, so wie die Leute um mich rum in der Allgemeinbevölkerung? Will ich, dass ich die ähnlichen Gesundheitsparameter habe? Möchte ich normal sein? Ich kann das sehr einfach beantworten mit nein, möchte ich auf keinen Fall. Ich möchte leistungsfähiger sein, ich möchte irgendwie gut schlafen können, ich möchte das Maximum, was in meinem Leben rausholen. Ich möchte morgens nicht aufwachen und irgendwie erstmal lethargisch sein und dann mittags irgendwie abgeschlagen. Ich will, dass ich ein geiles Leben habe. Wenn ihr das auch wollt, dann werden die meisten Ärzte euch da nicht richtig behandeln können, sage ich jetzt mal, weil es nicht darauf ausgelegt ist. Und ihr werdet auch viele Leute haben, die sich über euch lustig machen, weil sie eben normal sind und gar nicht verstehen, was ihr da macht. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass wenn ihr da ähnlich tickt oder ticken wollt, das ihr auch so ein bisschen anecken werdet. Aber ich glaube, über Zeit werden das immer mehr Leute verstehen. Ja klar, also das ist ja egal, in welchem Bereich man in so ein extremes Ding kommt. Egal, ob das, sagen wir, du willst jetzt einen Marathon laufen und dein Trainingsplan schreibt dir vor, dass du um diesen Marathon, also diese 42 Kilometer in vier Monaten laufen zu können, musst du jede Woche mindestens 100 Kilometer runterlaufen. so und jetzt redest du mit irgendeinem Freund von dir und sagst so, boah, ich bin total im Eimer, mega anstrengend und so. Der versteht das Problem sowieso gar nicht, weil der sagt, ja, hast du ja selber entschieden, einen Marathon laufen zu wollen. Und dann sagst du dem wahrscheinlich so, boah, ich habe heute noch einen 10 Kilometer Lauf. Und dann fragt er, wie oft hast du denn schon trainiert? Du sagst ja, schon acht Mal. Und dann sagt er, ja gut, dann das eine Mal jetzt mehr oder weniger macht es jetzt auch nicht aus. Aber du hast ein spezifisches Ziel und damit kannst du dich auch mit den anderen Menschen überhaupt nicht vergleichen. So und das ist ja auch was, wir werfen aber trotzdem Mensch immer in einen Topf. Aber das ist ja egal, ob Mann oder Frau oder was für eine Rasse wir letzten Endes haben oder was wir auch für ein spezifisches Ziel haben. Ob du Profibodybuilder werden willst, ob du Marathoner fährst. Du kannst eigentlich auch jemandem gar keinen Tipp geben, ohne den Kontext zu kennen. Weil im Deutschen, das muss man ganz kurz klarifizieren, weil im Deutschen gibt es immer so ein, man hat immer so ein Höh-Gefühl, wenn man das Wort Rasse hört. Man muss dazu sagen, eben im Englischen wird das Wort Race tatsächlich völlig normal auch im medizinischen Kontext genutzt. Und da geht es halt einfach nur um quasi große Fläche, genetische Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, falls man das irgendwie so, ne? Es geht jetzt nicht um Es geht nicht um Unter... Ja, ja, ich verstehe, was meinst du. Du ordnest es ein bisschen mehr ein, absolut. Wenn ich das deutsche Wörth höre, zucke ich immer so zusammen, weil ich denke, uh. Ja, das englische Race ist halt total normal im Medizinischen. Du kannst es oft nicht so wörtlich übersetzen, das stimmt schon. Und man muss ehrlicherweise sagen, es gibt ganz viele Begriffe in diesem medizinischen oder auch in diesem wissenschaftlichen Kontext, die im Deutschen auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Aber um auf das Thema noch mal kurz zurückzukommen, der Kontext ist maßgeblich entscheidend. Das ist so wie, wenn du jemanden fragst, was ist so der beste Tipp, um lange gut zu leben, also in diesem Longevity-Bereich, du kannst gar nicht sagen, ist das Omega-3, ist das ein Supplement, was ist das? Weil wenn jemand vier Stunden nur schläft in der Nacht, dann wäre das wahrscheinlich erst mal drei Stunden mehr schlafen. Wenn jemand aber schon neun Stunden schläft, dann wäre das vielleicht eine Art Training oder irgendwas ganz anderes. Wenn jemand einen super extremen Omega-3-Index-Mangel von einem Prozent hat, dann wäre das, also deswegen der Kontext ist halt maßgeblich entscheidend. Und die meisten Menschen, die irgendjemanden oder die urteilen über dieses Thema, die verstehen oder die schaffen diesen Kontext auch gar nicht. Und damit kannst du natürlich den Text, also die Therapie, die Intervention, du kannst das gar nicht verstehen, weil du ja den Kontext da drumherum gar nicht kennst. Ja. Was ich noch, glaube ich, ganz gut finde, weil wir heute nicht so lange Zeit haben als kleiner Abschluss, weil ich habe mir das vorhin gedacht, als du das gesagt hast. Ich hatte lange in meinem Kopf so dieses Problem, dass ich nicht zusammenführen konnte, dass ich quasi zwei Wahrheiten in meinem Kopf hatte. Auf der einen Seite die Wahrheit zu wissen, hey, wir sind irgendwie über die letzten 50, 100 Jahre in der Medizin unglaublich viel weitergekommen, Lebenserwartung ist nach oben gegangen, irgendwie geile Medikamente, bla 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 bla, super gute Sachen. und gleichzeitig fühlt es sich so an, als ob unsere Medizin in richtig vielen Gebieten richtig kacke ist. Das sind ja zwei Wahrheiten, die sich erstmal emotional komplett unterschiedlich anfühlen und der Ati hat das, finde ich, ganz schön ausgedrückt, als er gesagt hat, hey, die aktuelle Medizin ist sehr gut darin, schnelle Tode zu verhindern. Irgendwie jemand hat einen Autounfall, Bein muss amputiert werden, Herzinfarkt, dann noch die Person irgendwie nach dem Herzinfarkt schnell dafür sorgen, dass sie eben weiterleben kann. Da ist die aktuelle Medizin sehr gut darin, aber sie ist sehr schlecht darin, zu sagen, hey, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass die Person einfach keinen Herzinfarkt kriegt und wir kümmern uns ab dem Alter von 25 dazu. Und das ist auch das, ja, wozu ihr wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten immer mehr von Timo und mir zu hören werdet. Weil diese nächste Evolution von Medizin, das ist das, was ich extrem spannend finde und ich kann an der Stelle wirklich nur sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass du und Caro quasi in mein Leben getreten sind oder wir so zusammenkommen, weil das war über die letzten Jahre echt frustrierend, so dieses Gefühl zu haben, so, es gibt nur Vollidioten da draußen, aber es ist jetzt viel schöner, emotional sich so zu fühlen, so, hey, 80 Prozent finde ich nicht gut genug, aber es gibt auch ein paar echt gute. Und du bist jetzt nicht alleine. Das ist so schön. Ja, vor allem, ich bin ja kein Mediziner und ich habe von 80, wahrscheinlich sogar mehr, von 90 Prozent der Themen in Medizin keine Ahnung. Da bist du schon sehr gut weitergebildeter, wie soll man sagen, ohne jetzt, ohne kein Wort zu benutzen, was du gleich wieder auf Deutsch erklärst, normalo oder so, ja, ja, aber das, also man kann sich ja, viele von diesen Sachen kann man sich halt auch aneignen und das ist ja so ein bisschen dieses, was du jetzt gerade erklärst, so dieses Medizin 3.0 Thema, wer weiß, wann es Medizin 4.0 gibt oder was auch immer, aber es ist so, wenn man doch etwas, also wir können wieder bei diesem Sportthema bleiben, wenn du, du willst jetzt von heute auf morgen Eiskunstläufer werden, ja, wie würdest du dann trainieren? Viel Eiskunst laufen. Ja, du würdest, aber wie? Also das wäre jetzt so, willst du Profibodybuilder werden? Ja, ich würde viel ins Fitnessstudio gehen, aber was würdest du machen? Würdest du wissen, was du als Eiskunst, würdest du nicht wissen? Keine Chance. Das heißt, du würdest dich jetzt eigentlich hinsetzen und gucken, okay, was machen große Eiskunstläufer eigentlich gut? Also, wie gehen die an das Training ran? Was machen die? Aber vielleicht auch, warum scheitern die? Also, was ist das Problem, warum die nicht an die Spitze kommen? Und das ist ja genau das, was wir in diesem Medizin 3.0-Thema auch machen. Das heißt, wir sagen so, hey, unser Ziel ist es, den Status, den wir jetzt haben, bestmöglich einzufrieren und zu sagen, wir wollen eigentlich in den nächsten 40 Jahren immer noch agil sein, fit sein, gesund sein und vor allem die Dinge tun, die wir wirklich lieben in unserem Alltag jetzt. Egal, ob das Familie ist oder eine bestimmte Sportart, das ist ja bei jedem anders. Und was machen wir? Wir wissen ja nicht, effektiv gesehen, was ist jetzt das, was den größten Benefit bringt? Und deswegen setzen wir uns und sagen so, okay, was hält uns denn davon ab gerade? Und dann ist es doch ganz logisch, sich hinzusetzen und sagen, okay, lass doch mal gucken, woran sterben die meisten Menschen denn? Okay, das ist Herzinfarkt, das sind irgendwelche metabolischen, jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge, aber irgendwelche metabolischen Sachen, das sind irgendwelche Krebsgeschichten und das sind vor allem irgendwelche neurodegenerativen Sachen, wie Alzheimer vor ein paar Wochen ist ja ein Medikament gegen Alzheimer, released worden, auch in Deutschland, wieder ein englischer Begriff, zugelassen worden, ja, und mit unglaublich vielen Nebenwirkungen und Co. Was ist das? Das ist ein Medikament, was letzten Endes diesen Verfall aufhält, also nicht dazu beiträgt, dass Alzheimer weggeht, aber dass diese Degeneration aufhört. Aber ist der, ist diese Amyloid, diese Amyloid-Plug-Dinger da, Amyloid auf Deutsch, ja, ich weiß nicht, wie du es auf Deutsch hast, auf dem das aufbaut oder ein anderer Mechanismus? Es geht letzten Endes darum, dass nicht mehr von diesem Amyloid letzten Endes aufgebaut wird und du dadurch diese, diesen Progress vom Alzheimer aufhalten kannst, aber die Nebenwirkungen, unter anderem auch, sind nicht viele Leute gestorben, aber es gab extrem viele Hirnblutungen zum Beispiel in der Studie, die aber, wo die wenigsten zum Tode geführt haben, aber das ist ein super, super spannendes Thema langfristig und das ist ja ganz einfach was, wo man sich hinsetzen kann, sagen kann, okay, so, es sterben einfach so viele Menschen an kardiovaskulären Ereignissen, wie kann man das minimieren, weil ehrlicherweise 90 Prozent davon, also vielleicht sind es auch nur 85 Prozent oder so, aber einen Großteil davon könnten wir vermeiden und dann werden wir ja dem Ziel, nicht so früh zu sterben, schon mal riesig viel weiter, wir schaffen uns dann natürlich die Problematik, dass wir gar nicht wissen, ob dann irgendwelche anderen Probleme kommen, die ja gerade von diesem Tod durch Herzinfarkt kaschiert werden, aber das ist eine ganz einfache Herangehensweise und so gehen wir ja an dieses Medizin 3.0 Projekt ran, dass wir einfach sagen, okay, wir wissen nicht, was sind die perfekten Strategien, die Wissenschaften liefern uns Tools mit Hilfe von Medikamenten und Co oder auch Lifestyle-Optimierung, Supplementen und was man alles machen kann, Sport, Schlaf und Co, aber lass uns doch jetzt mal die Größten, die Big Five irgendwie erstmal targetieren, wie sagt man auf Deutsch? Targetieren. Greifen. Angreifen. Angreifen. Ich komme hier glaube ich rüber, als wäre ich irgendwie ein Amerikaner, bin ich nicht, aber und diesem Problem können wir uns dann widmen und überlegen, wie können wir die mit 25, mit 30, mit 40, wo wir ja schon den Grundstein für diese Probleme mit 60 oder 70 festigen, dass wir diese Probleme dann eben jetzt schon in den Griff bekommen und die meisten Dinge ehrlicherweise weiß die meiste Bevölkerung schon, nämlich Ernährung, Sport, Schlaf und Co, aber die Leute machen es ja trotzdem nicht. Und deswegen, wie können wir jetzt für das Individuum klar machen, du brauchst genau das, du musst damit aufhören, du musst das machen und du musst das machen. Wir brauchen also einen Kontext. Das werden wir die nächsten Wochen und Monate machen und ich verlasse den Podcast mit einer These, wo sich über die nächsten Jahre dann auch zeigen wird, ob ich damit recht habe, aber nach dem Ganzen, was wir uns jetzt die letzten Monate und Jahre angeschaut haben, wäre meine Einstellung zu sagen, okay, wenn der behandelnde Arzt slash die Medizin weiß, was sie macht, muss eigentlich niemand vor 70 oder so einen Herzinfarkt kriegen und wahrscheinlich sogar noch länger hinaus, aber dass jemand mit 55 einen Herzinfarkt oder 58 oder 60 hat, ist völlig sinnfrei leider. Aber das ist dann ein Thema für die nächste Folge. Damit herzlichen Dank für die erste Folge, eine von vielen. Freunde der Sonder, falls irgendjemand Timo noch nicht kennt tatsächlich hier auf dem Podcast, also so oft wie ich ihn auf Instagram schon verlinkt habe, bei dem, hey, hier, bitte guckt euch einfach diese guten Ärzte an, solltet ihr ihn kennen, aber wenn nicht, findet ihr ihn unter DocTimoRosterhaus mit T-H-I-I-M-O auf Instagram. Perfekt, vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Perfekt, easy. Ach.